Das ist richtig. Hey Schmin, Schmin, Schmin! Was ist? Ich will es nicht hören! Bist du auch so geil? Was denn? Hier, du brauchst noch Material. Hier, du brauchst noch einen Knaller. Was ist ein Lüneburger, wenn er aus der Kirche austritt? Was? Was ist ein Lüneburger, wenn er aus der Kirche austritt? Weiß ich nicht. Lüneburger, hey! Ich lache nicht, weil ich ihn gut finde, sondern einfach aus Höflichkeit. Aus Höflichkeit. Auch aus meinem Charme gegenüber dem deutschen Volk. Hier, Schmin, du brauchst es doch. Ja. Du brauchst noch mehr. Ja, gib mir noch einen, ja. Mutti, Mutti, ich kann keine Pickel mehr bekommen. Das ist aber schön, mein Kind. Warum denn nicht? Kein Platz mehr! Was ist das? Hier, Schmin, hier, Schmin! Hier! Hör mal, Schmin, bist du klar? Ja, klar. Ich kann nicht sehen. Sag mir noch einen. Was ist das Gegenteil von Reformhaus, ne? Das Gegenteil von Reformhaus? Ja. Weiß nicht. Ach, Schinter im Haus! Ja! Ich bin gerade in mir! Ich brauchst noch mehr! Ja, ja. Ich bin ja mehr, ne? Und? Aber dann ist Schluss nach dem, ja? Ja, pass auf. Ja, was ist das Gegenteil von Frühlingserwachen? Weiß nicht. Spätrechts einschlafen! Setz dich! Frühlingserwachen. Spätrechts einschlafen. Aber es ist. Wir sind schon mitten...